Juhu und willkommen zu Zelda. Aus irgendeinem Grund habe ich vergessen zu begrüßen, also hi. Warum bin ich so schlecht gerade? Oh mein Gott! Ich bin Schatz. Oh, danke! Machen die Steine was? Soll ich einfach meine Steine runterwerfen? Das ist bestimmt irgendwo gekrogt runter, die ich eh nicht haben will. Warum mache ich das jedes Mal? Das ist so richtig unnötig. Aber ich räume die Brücke auf, guck mal. Link der Rasenmäher, link der Straßenarbeiter, so vielseitig. Soll ich einfach mal... Was? What the fuck? Who are you? What should I doin? Ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. Tötet mich das? Existiert der einfach nur friedlich? Oh, ich glaube, ich will hier nicht sein. Weil ich hier so pretty. Oh, es ist ein magischer Moment, der mich töten wird, wahrscheinlich. Oh! Dünn. Dünn. Äh, okay. Was? Ich sag ja, der mich wahrscheinlich töten wird. Bläh, 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 bläh. Oh, immer wenn man auf diese Berge klettern und nichts drauf ist. Macht mich aggressiv. Oh, Hilfe. Ich hab den einfach genommen. Oh. Oh mein Gott. Okay, das kann man wahrscheinlich leider mit dem Großen nicht machen. Aber das hat gerade mein Leben bereichert. Oh, das ist sogar blau. Wie ich. Nicht. Oh, mein blaues Pferdi. Nein. Lass uns doch gemeinsam blau werden. Was ist, wenn die um mich rumreiten? Oh, was? Hä? Das Spiel ist so vorbei. Ja! Oh. Ich hab mein Pferd. Wo ist der? Ah! Ich will dich. Ah! Was ist das für ein Scheiß? Karussell-Fahrin macht Spaß. Oh mein Gott. Kannst du jetzt mal... Boah! Yeah! Oh! Jetzt komm noch! Oh mein Gott. Arschkind? Mann, ich kann das nicht. Ich reite wie der Wind. Bibi und Tina und wir reiten geschwind. Ich fange mit der Holzkelle. Einfach nur irgendwie zu verspotten. Holzkelle! Yeah! Der ist immer noch nicht tot, weil die Holzkelle so schlecht ist, Mann. Führe den Zorren der Holzkelle! Oh mein Gott. Okay. Wui! Was zur... Ist das dein Ernst? Ah! Ah! Okay. Diese Quest wird genommen und beiseite geschoben. Kaumako! So ein Makoschrein, weißt du? Das wird mich schon... Oh! Was zur Hölle? Dieses Pferd fackelt sich einfach selber an, weil es dumm zum Kacken ist. Nennt es einfach Knock für No Chills. Aber natürlich kann ich dich aufmachen, weil das super fette Ding da drauf liegt. Aber dafür haben wir unser... Nee, gar nicht. Dafür haben wir gar nicht. Bam und bam! Wow! Oh mein Gott! Bye! Und er wurde niemals wiedergesehen. Er wird voll verdrecht. No! Jetzt gibt's Stress. Hier wird niemand verdrecht. Außer deiner Mulla. Maxi-Trüffel. Für Trüffel lässt man sich verk... Ach, ich verstehe diese Menschen hier nicht. Ich würde ihn gerne den... Ja, lass ihn doch einfach geben. Geht das nicht? Hier. Hier hast du deinen Maxi-Trüffel. Maxi-Trüffel fängt mal nicht an die Ecke. Du hast alle im Gesicht hängen. Ich rette euch von den Blitzern. Oh, wer steckt denn so ein Ding aus da rein? Komm, lass einfach mal eine fette Waffe da reinhauen. Einfach nur, um die abzufangen. So, wo ist die Trulla? Will dich glücklich machen. Nein, nicht dich. Jetzt wach auf. Soll ich mal piksen? Piksen nennt man das heutzutage? Mein Gott. Kann die Olli jetzt mal aufwachen? Jetzt wach auf. Jetzt wach auf. Oh mein Gott, das ist so langweilig. Kannst du jetzt einfach aufstehern? Wo ist der Schrein? Oh mein fucking Gott. Okay, ich glaube, das ist wahrscheinlich keine gute Idee. Oh mein Gott. Tritt halt einfach mit den Füßen auf mein Gesicht. Oh mein Gott. Ja, come on. Oh mein Gott. Was zur Hölle? Ey, nice. Jetzt habe ich so meine besten Waffen nicht mehr. Aber naja, gut. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Oh, Durianfrucht. Die kenne ich von Animal Crossing. Ja, endlich. Oh, gib mir alle Schrein. Ganz endlich. Danke, dass ihr dabei wart. Lasst auch auf jeden Fall ein Like und ein Kommentar für meine Mühe. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye-bye, shaka-puh. Oooh.